Immer cool bleiben. Einem Schweizer Fernsehsender war es zu Ohren gekommen, dass eine Großschlachterei in Basel 25 Tonnen tiefgekühlte Hähnchen zu verschenken habe. Der Redakteur am anderen Ende der Leitung wollte wissen, ob das nicht etwas für uns als Väter Hungry sei. Es hörte sich gut an, das Fleisch konnten wir für unsere Hilfstransporte gut gebrauchen und so sagte ich dem Redakteur, dass wir die Ladung Fleisch auf jeden Fall haben wollten. Mir war klar, dass die großzügige Schenkung von so viel Fleisch vor allem aus Eigennutz geschah. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass bei so einer großzügigen Schenkung ein Betriebsfehler zugrunde liegt. So war es auch einmal bei einer Großbäckerei aus dem Ruhrgebiet. Die große deutsche Lebensmittelkette. Ich bin mir sicher, dass sie dort auch schon eingekauft haben. Besagte Großbäckerei machte uns also eines Tages die unglaubliche Schenkung von 78 Tonnen Kekse. Wie sich herausstellte, war während des Backprozesses ein Fehler passiert. Die Kekse waren beim Backen zu hoch geraten und passten nicht mehr durch die Maschine, die den Schokoladenüberzug machte. Auch bei der Großschlachterei mit den Hähnchen war etwas schief gelaufen. Die Firma wurde die Hähnchen einfach nicht mehr los und stand daher vor der Wahl, das überschüssige Fleisch entweder auf eigene Kosten vernichten zu lassen oder es zum Nulltarif zu verschenken. Geschäft ist Geschäft, verschenken war natürlich billiger. Mir war es recht, denn es gab viele Menschen, die sich sehr über dieses Fleisch freuen würden. Nachdem ich die Fleischladung zugesichert bekommen hatte, sprach ich den Journalisten auf eine mögliche Zusammenarbeit zwischen seinem Sender und uns als vierter Hungry an, da es nicht jeden Tag passiert, dass sich das Fernsehen für unsere Aktivitäten interessiert. Schließlich erklärte sich der Fernsehsender zu einer Zusammenarbeit bereit. Was den Zielort der Ladung anging, so entschied ich mich noch am Telefon für Albanien. Ich wusste von vielen Kindern und auch Altenheimen, in denen die Menschen nur ganz schlecht versorgt waren. Nach dem Telefonat musste ich nun die Kühlkette gewährleisten. Eine Kühlkette ist kein Schmuck für Eskimos, sondern die Logistik im Zusammenhang mit tiefgekühlten Lebensmitteln. Die Herausforderung bestand darin, das tiefgekühlte Geflügelfleisch über den ganzen Transport ausreichend kühl zu halten, um einen Befall von Bakterien zu vermeiden. Hier bei uns würde verdächtiges Fleisch sofort vernichtet. In Albanien würden die Menschen es trotzdem essen, egal Salmonellenverdacht hin oder her. Es war für mich daher besonders wichtig, das Fleisch gut gekühlt an seinen Bestimmungsort zu bringen. Die Beschaffung eines geeigneten Kühltransporters gestaltete sich als sehr schwierig, da nur wenige Kühllaster die erforderlichen Minustemperaturen über einen langen Zeitraum gewährleisten können. Schließlich suchte ich eine Spedition auf, die für Lebensmitteltransporte bekannt war. Man versprach mir, einen geeigneten Laster zu finden. Unterdessen hatte die Schlachterei in Basel uns eine Deadline für die Abholung der Fleischladung gegeben, da das Kühlhaus für neue Produkte gebräumt werden musste. Deswegen war ich guter Dinge, da die Spedition mir die Beschaffung eines geeigneten Kühllasters verbindlich zugesagt hatte. Bedauerlicherweise passierte aber nichts. Das Speditionsunternehmen meldete sich einfach nicht. Ich ärgere mich sehr, denn wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann ist es, wenn Menschen ihr Wort nicht halten. Dann kam mir der Zufall zu Hilfe. Eines Tages musste ich für eine Besorgung zum Frankfurter Flughafen. Vor dem 11. September 2001 war es möglich, den eigenen Wagen im dortigen Frachtzentrum kostenfrei abzustellen. Ich hatte diesen Service wegen meiner vielen Reisen in Anspruch genommen. An diesem Tag fuhr ich gerade mit dem Lufthansa Crewbus zum Frachtzentrum, um meinen Wagen wieder abzuholen. Als ich aus dem Fenster sah, fiel mir ein Lastwagen auf. Der Wagen wirkte sehr modern, das Führerhaus befand sich dicht über dem Boden, sodass der Fahrer etwa auf der Höhe eines gewöhnlichen Pkw-Fahrers saß. An der Aufschrift bemerkte ich, dass der Lkw ein Tiefkühllaster war. Ich schrieb mir die Telefonnummer auf, die auf dem Wagen aufgedruckt war, und rief gleich am nächsten Morgen dann an. Man verband mich sofort mit dem Eigentümer der Spedition. Dieser erzählte mir, dass er schon von der Fleischladung gehört habe. Er ergriff die Gelegenheit und sagte zu, er wolle den Transport gerne für uns übernehmen. Der Mann zeigte Verständnis und signalisierte Hilfsbereitschaft. Der anderen treulosen Spedition schickte ich einen Fax und stornierte den Auftrag. Meine neuen Partner waren schnell und schon am nächsten Tag befand sich einer der Kühllaster auf dem Weg nach Basel. Die Firma machte uns für den Transport einen guten Preis, den sie noch einmal reduzierte, als sich auf dem Rückweg in Triest ein Transportauftrag für den leer gewordenen Laster ergab. Mittlerweile hat sich zwischen dem hilfsbereiten Unternehmen und unserer Organisation eine gute Geschäftsbeziehung entwickelt. Der Kühllaster kam gerade noch rechtzeitig zur Abholung der Fleischladung in Basel an, einen Tag vor der Deadline, die die Firma uns gesetzt hatte. Der Fernsehsender, der uns die Fleischladung vermittelt hatte, filmte die Verladung, brachte dazu jedoch nur eine kurze Nachricht im lokalen Abendprogramm. Schließlich konnte es richtig losgehen. Mit allen nötigen Papieren der Schlachterei und des Veterinäramts im Gepäck machte sich der Transport auf den Weg nach Tirana. Die beiden Fahrer des Wagens waren neugierig auf die ungewöhnliche Strecke. Man kommt ja nicht alle Tage nach Albanien, meinte einer. Sie freuten sich auch, dass sie an einem Hilfsprojekt beteiligt waren. Nach ihrer Rückkehr schickten sie mir Fotos von einem Grillabend in einem Altersheim, zu dem man sie eingeladen hat. NachRadio auf der zweiten bis nach Vielen Dank. Vielen Dank.